Die Arbeitsblätter der Digital Level Up License kannst du auf deinem Laptop oder Tablet ganz einfach ausfüllen. Dazu kannst du mit dem Programm Acrobat Reader arbeiten. Das ist vielleicht sogar schon auf deinem Gerät installiert. Wenn ja, musst du das PDF-Arbeitsblatt nur noch mit dem Acrobat Reader öffnen. Das klappt meist schon mit einem Doppelklick auf das PDF-Dokument. Du kannst aber auch auswählen, mit welchem Programm du dein Dokument öffnen möchtest. Dann drückst du auf deine rechte Maustaste, suchst nach Öffnen mit und wählst dann den Adobe Acrobat Reader DC aus. Jetzt ziehst du das Arbeitsblatt vor dir und hast die Möglichkeit, bestimmte Felder zu markieren oder auch etwas hineinzuschreiben. Diese Felder sind meist grau-blau hinterlegt und wenn du mit deiner Maus darauf klickst, erscheint ein blinkender Cursor. Das bedeutet, du kannst das Feld jetzt bearbeiten und deine Antwort hineinschreiben. Oben rechts hast du noch ein paar zusätzliche Werkzeuge zur Verfügung. Davon sind besonders Notiz hinzufügen und Text hervorheben interessant. Mit diesem Symbol kannst du eine Notiz einfügen. Das sieht dann so aus. Deine Notiz wird direkt im Dokument als kleine Sprechblase angezeigt. Wenn du den Pfeil auf die Sprechblase bewegst, erscheint die Notiz, die du geschrieben hast. Mit dem Stiftsymbol kannst du ein Wort oder eine Textstelle im Dokument farblich markieren, um sie hervorzuheben. Das sieht dann so aus. Links oben hast du auch noch einige wichtige Symbole. Datei speichern, mit Sternchen markieren, in der Cloud speichern, Datei drucken und Text suchen. Mit dem Lupensymbol, also mit der Suchfunktion, kannst du zum Beispiel nach einem ganz bestimmten Wort im Text suchen. Dieses Wort wird dann im Text farblich hervorgehoben, so wie hier. Bevor du das Arbeitsblatt wieder schließt, musst du es noch speichern. Dafür klickst du entweder auf das Disketten-Symbol oder auf Datei und dann auf Speichern. Deine aktuelle Fassung wird dann in deinem Ordner mit den Level-Up-Arbeitsblättern gespeichert. Und jetzt probiere es einfach mal aus. Viel Spaß wünscht dein Level-Up-Team. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.